Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich zu Kelvin, das Wissenswetter. Unser heutiges Thema Nebel, eine relativ problematische, teilweise auch gefährliche meteorologische Wettererscheinung. Denken Sie an den Straßenverkehr oder an den Luftverkehr. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, auf der Autobahn kann es sein, dass innerhalb kurzer Strecke Sie plötzlich kaum weiter als 50 Meter sehen. Und das ist eben so, dass wenn Sie zu schnell unterwegs sind, Unfälle passieren können. Fahren Sie also in diesem Fall in jedem Fall langsam. Und das Prinzip der Nebelentstehung ist praktisch immer dasselbe. Luft kühlt sich sehr stark ab und zwar so stark, dass die Taupunktstemperatur unterschritten wird. Das ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit etwa 100 Prozent beträgt. Die Luft ist gesättigt, wird kondensiert und es geht über vom unsichtbaren Wasserdampf in die sichtbaren Wassertröpfchen, die in der Luft schweben. Das ist ein Nebel. Ich habe drei verschiedene Nebelarten rausgesucht. Das ist zum einen der Strahlungsnebel, die bekannteste Nebelart bei uns. Die Luft kühlt sich stark ab in einer wolkenlosen Windstille, Nacht und die Luft kondensiert hier unten in den Tälern und dann bildet sich dichter, dichter Nebel. Der Mischungsnebel, eine weitere Nebelart. Feuchte Warmluft streicht über kalte Luft. Die Luftmassen vermischen sich hier, kondensieren und bilden sich ebenfalls Nebelfelder. Zum Schluss der Verdunstungsnebel, warme Seen und Weiher verdunsten. Darüber liegt kalte Luft und hier bildet sich ebenfalls dichter Nebel. Und denken Sie dran, wenn die Sichtweite unter 50 Meter beträgt Nebelschlussleuchte einschalten.